Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Da hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Gündoar. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit kann man nicht rechnen, dass er hier trifft, unglaublich. Das war ein toller Schuss aus der Distanz, den hat der Keeper spät gesehen. Was für ein Traumtor, da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Boah, was für ein Hammer, den er da auspackt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Jetzt wieder Ballbesitz für die DFB-Auswahl. Kimmich. Der Ball klärt Riccardo Rodriguez erstmal. Und das war's, das Spiel ist aus. Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020